Haben Sie sich als Chefin oder Chef schon mit dem Thema Führen in Teilzeit befasst? Nein? Dann schauen Sie mal. Es lohnt sich. Führen in Teilzeit bringt viele Vorteile mit sich. Ihren Führungskräften und auch Ihrem Unternehmen. Führen in Teilzeit verschafft Ihren Führungskräften nämlich mehr Zeit. Und Zeitmangel ist in bestimmten Lebensphasen das größte Problem. Insbesondere von männlichen und weiblichen Führungskräften mit kleinen Kindern. Oder von Führungskräften, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Durch attraktive Arbeitszeitregelungen gelingt es Ihrem Unternehmen auch in Lebensphasen mit besonders hohem Zeitmangel, Führungskräfte dauerhaft zu halten. So binden Sie Fachwissen, Kompetenz und Erfahrung langfristig an Ihren Betrieb. Davon profitiert Ihr Unternehmen nachweislich. Doch bringen Sie bitte nicht Führen in Teilzeit gedanklich mit einem sogenannten Halbtagsjob zusammen. Stattdessen helfen Führungskräften Arbeitszeitmodelle, die auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten sind. Zwei davon stellen wir Ihnen hier vor. Beim Modell Reduzierte Vollzeit wird die Arbeitszeit auf 80 oder 90 Prozent herabgesetzt. Die Wochenarbeitszeit liegt dann bei 32 bis 36 Stunden. Eine Vertreterin oder ein Vertreter übernimmt von der Führungskraft einzelne Aufgaben. Die Reduzierte Vollzeit bietet der Führungskraft die Möglichkeit, einen Großteil ihrer Aufgaben wahrzunehmen und gleichzeitig freie Zeit am Nachmittag oder einen freien Tag einzuplanen. Außerdem sind bei den kurzen Abwesenheiten die Abläufe und Entscheidungen im Unternehmen gewährleistet. Weil die Vertretungsperson in der Regel aus einer Hierarchieebene unterhalb der Führungskraft stammt, kann sie Stück für Stück für Führungstätigkeiten entwickelt werden. Beim Jobsharing teilen sich zwei Führungskräfte eine Position. Die eine kann beispielsweise vormittags, die andere nachmittags arbeiten. Alternativ kann eine Führungskraft von montags bis mittwochs, die andere von mittwochs bis freitags arbeiten. Bewährt hat sich eine Überschneidung der Arbeitszeit, damit sich die beiden abstimmen können. Dafür bietet sich ein gemeinsamer Arbeitstag an. Im Ergebnis haben beide Führungskräfte deutlich mehr Zeit. Und zwei Köpfe haben mehr Ideen, mehr Wissen und mehr Ressourcen, die sie für ihr Unternehmen einsetzen können, als dies einer Person alleine möglich wäre. Ein Austausch der beiden Führungskräfte wird möglich, der in dieser Intensität sonst nicht gegeben wäre. Außerdem ist beim Jobsharing immer eine Führungskraft ansprechbar und entscheidungsbefugt. Die Einführung von Modellen, die Führen in Teilzeit ermöglichen, bedeutet einen geringen organisatorischen Aufwand. Doch dieser lohnt sich für ihr Unternehmen in vielfacher Hinsicht. Denn Führungskräfte sind für ihr Unternehmen wertvolle Ressourcen. Daher ist es zentral, dass sie sich in ihrer Position wohlfühlen. Führungskräfte, die zufrieden und ausgeglichen sind, sind motivierter und leistungsbereiter. Außerdem sind sie seltener krank. Unternehmen können es sich nicht erlauben, dass die Leistungs- und Entscheidungsfähigkeit ihrer Führungskräfte durch ungelöste Zeitkonflikte eingeschränkt wird. Führungskräfte, die sie mit einem passenden Arbeitszeitmodell binden, identifizieren sich wesentlich stärker mit ihrem Unternehmen. Sie lassen sich nur selten von Headhuntern oder anderen Unternehmen abwerben. So binden sie nicht nur die Führungskräfte an ihr Unternehmen, sondern auch deren Wissen und Erfahrung. Außerdem sparen sie bares Geld. Denn die Kosten für das Rekrutieren und Einarbeiten neuer Führungskräfte sinken deutlich. In Zeiten des Fachkräftemangels schaffen sie einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, wenn sie sich als attraktives Unternehmen aufstellen, das auch Führungskräften Arbeitszeitmodelle für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet. Schon jetzt setzen viele renommierte Unternehmen auf Führen in Teilzeit. Nutzen auch Sie die Vorteile, die Führen in Teilzeit Ihrem Unternehmen bietet. Und machen Sie Ihr Unternehmen jetzt fit für die Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020